Hallo, hier ist Johannes von 16.4. Die Situation normalisiert sich so langsam wieder und wir haben die Zeit der Corona-bedingten Einschränkungen genutzt und unter anderem auch was an unserem Webshop zu machen. Ich habe hier sehr oft an der Theke die Frage von Kunden bekommen, ja, jetzt haben wir hier unser Instrument gekauft, wo können wir denn jetzt noch Unterricht nehmen? Und so ist die Idee geboren, dass wir eine geolokalisierte Plattform für Musikunterricht etablieren wollen hier im Saarland. Das heißt, wenn jemand in Mandelbachtal eine Musikschule sucht für Klavier oder für Gitarre, dann soll er auch dort ein entsprechendes Angebot finden, weil man hat natürlich keine Lust, irgendwie 50 Kilometer zu fahren, um den nächsten Lehrer zu finden. Diese Plattform geht jetzt online und das bedeutet für die Musikschulen, also alle, die das jetzt hören, ihr könnt dort ab sofort kostenlos eine Anzeige schalten. Die ist im ersten Jahr komplett kostenlos. Und nach einem Jahr wird nach Nachfrage dann ein Monatsbudget von 5 Euro verlangt. Also wirklich unerheblich viel Geld. Und wie gesagt, das erste Jahr komplett kostenlos und ist eine super Sache, weil dann können Leute, die sich eventuell in Saarlouis nach Musikunterricht für Gitarre oder sonst was umgucken, auch dort die entsprechende Schule finden. Ich denke, das ist eine super Geschichte und ist eine Win-Win-Situation für den Musikschüler und auch für den Musiklehrer. Also guckt es euch an. Es ist ab sofort online. Tschüss.